Wir Pädagogen werden immer mehr, die Seite an Seite mit den Eltern stehen, die erkannt haben, was für einen Missbrauch die Pädagogen mit ihrem Auftrag betreiben. Ich selbst bin Schulleiter AD, weil ich es in diesem Schulsystem nicht mehr aushalten konnte, schon vor Corona. Wie viel schwerer muss es jetzt sein? Vielen Dank. Weckruf an alle Menschen auf der ganzen Welt mit pädagogischer Verantwortung. Liebe Pädagogen, liebe Eltern, liebe Leitungen schulischer und pädagogischer Einrichtungen, was ist euer wahrer Auftrag? Was ist eure wirkliche Berufung? Der Mensch ist nur wirklich Mensch, wenn er frei ist, Vertrauen in sich und die Kraft der Gemeinschaft hat und sich nicht von Ängsten, sondern von Liebe zum Leben leiten lässt. Der aufwachsende Mensch orientiert sich am Vorbild, beim Aufrichten wie beim Aufrichtigsein, beim Aufrichtstehen und so den Mechanismen der Unfreiheit zu widerstehen. Dieses Vorbild ist entscheidend für die Bereitwilligkeit und Fähigkeit der kommenden Generation, neue, nie dagewesene Wege der Freiheit, der Wahrheit und der Liebe zu gehen. Dieses Vorbild, Pädagogen im ganzen Land, in der frühkindlichen Pädagogik, in der schulischen Pädagogik und auch in der Erwachsenenbildung, dieses Vorbild seid ihr. Erfüllt es jetzt, auch entgegen aller Widerstände und eigenen Ängste, dann gestaltet ihr diese historische Zeitenwende konstruktiv und entscheidend mit. Gebt dem nie wieder wirkliche Kraft und den menschenwürdigen Visionen eine Zukunft. Ihr seid so entscheidend, daher entscheidet euch jetzt, denn authentisch aufrecht ist das neue Genial. Danke, die Zukunft. Liebe Pädagogen, wenn ihr euch einmal anschaut, was ihr den ganzen Tag über macht, dann wird das häufig mit dem Wort unterrichten bezeichnet. Habt ihr euch einmal nur kurz überlegt, woher dieses Wort kommt. Es heißt eigentlich, abrichten zum Untertan, unterrichten. Und das wollen wir nicht. Wir brauchen Menschen, die unsere junge Generation aufrichten zum mündigen Bürger. Nicht mit Mundschutz, sondern mit Rückgrat. Ihr, liebe Pädagogen, seid Vorbilder für die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zur Freiheit und für das Wesen der Liebe an sich. Das Wesen der Liebe zum Leben, gelebt die Liebe. Und keine Abziehbilder eines obrigkeitshörigen Mainstreams. Vorbilder im obigen Sinne. Das ist das, wonach die Seelen der Kinder und der Jugendlichen lexen. Ihr aber verweigert es ihnen. Und das ist für mich eine Straftat im Sinne eures eigentlichen Auftrages. Bei all diesen Pädagogen, die da aber draußen so agieren, wie es die Diane gerade geschildert hat, kann ich mich eigentlich auch nur bedanken. Denn in meiner Schulzeit habe ich sehr gut bei dem Thema Dritten Reich aufgepasst. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, obwohl ich die Welle als Theaterstück und zweimal als Film gesehen habe. Wie konnte es möglich sein, was da 33 bis 45 passiert ist? Und ihr, liebe Pädagogen, ihr gebt mir heute leider die Antwort, wie das möglich wurde. Und nun möchte ich mal ganz kurz einen Themenschwenk machen. Wir wissen alle, dass dieses absurde Theater mit den Masken dazu führen soll, dass eine hohe Bereitwilligkeit für eine sogenannte Impfung entsteht. Wir wissen alle diesen Schwachsinn von Masernpflichtimpfungen an den Schulen. In Anbetracht der letzten Ereignisse, der letzten Tage, dass in Aurich eine vierte Klasse an der Waldorfschule gestürmt wurde, möchte ich mal kurz auf den Inaugurator dieser Waldorfschule und seine Ideen und Erkenntnisse eingehen. Ich selbst bin Religionslehrer und Erwicklungstherapeut und befasse mich seit langem mit der Entwicklung von Spiritualität bei den jungen Generationen. Wir wissen, dass 1960 schon die ersten Boten einer neuen Generation wach wurden. Seit 2000 wissen wir, dass eine größere Zahl von sogenannten Indigo-Kindern oder High Sensitive Children immer mehr sozusagen in die Öffentlichkeit gekommen sind und auch als behandlungswürdig angesehen wurden. Seit 2012 gibt es immer mehr Kinder mit hellsichtigen und paranormalen Fähigkeiten sowie sehr hoher Schwingungsfrequenz. Diese Menschen sind nicht manipulierbar über Angst und Zweifel und niedrige Schwingungsfrequenzen. Aber es gibt wohl scheinbar eine Gruppe von Menschen in diesem Land oder auf der Welt oder soll man sie besser Wesen nennen, die eine sehr große Angst vor dem Zeitalter der umfassenden Spiritualität der Menschen haben, was mit der Unmöglichkeit der Manipulation und dem Missbrauch dieser Menschen einhergeht. Und daher setzen sie alles auf eine Karte und auch eines ihrer Gegenmittel sind eben die Impfungen. Und jetzt möchte ich einmal Rudolf Steiner zitieren, der ja der Gründer der Waldorfschulen war. Materialistische Medizinern werden den Kindern mit Impfstoffen die Seelen austreiben. Man impft gegen die Anlage zur Spiritualität. Wo hygienische Maßregeln zu weit gehen, werden nur schwache Naturen fortgepflanzt. Die auf das Physische wirkenden Impfungen müssen zwangsweise das Seelische veröden. Liebe Pädagogen, man muss Rudolf Steiner nicht in allem folgen, aber das sind deutliche Aussagen, die darauf hinweisen, warum hier ein Impfwahnsinn forciert wird. Weil es eine Gruppe von Menschen gibt, die Angst haben, dass wir zu unserem innersten Wesen zurückfinden, was wir immer schon waren, zu großen schöpferischen Menschen in Freiheit und Liebe. Da haben viele Angst davor und das wollen sie unterdrücken. Weil die kommenden Generationen immer mehr das schon mitbringen. So kann man auch diesen unglaublichen Überfall, der dort oben in Aurich passiert ist, nur verstehen. Das sollte wohl ein Exempel sein, was dort an der Waldorfschule letztendlich statuiert wird. Ganz nach dem Motto, heute kommen wir nur zum Testen und morgen kommen wir zum Impfen. Aber dahin müssen die Waldorfpädagogen auch endlich mal einen Riegel verschieben. Hier hätte ich, obwohl ich nicht weiß, was dort wirklich im Detail passiert ist, aber hier hätte ich mir gewünscht, wenn die Lehrer dort wirklich im Geiste Rudolf Steines unterrichten würden, dass sie sich als Lehrer geschlossen den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes entgegenstellen und ihnen klar und deutlich machen, dass der Übergriff auf die Kinder nur über die Leichen der Lehrer zu erfolgen hat. Denn das ist ihr Auftrag, sie sind Schutzbefohlene und nicht welche, die die Kinder als Freiwillen fürs Gesundheitsamt einfach geben können. Das wäre mal ein adäquater Ausdruck von Lehrkraft gewesen. Aber so war es wieder mal nur ein kleiner Ausdruck der Kollaboration, leer und schwach eben. Und das ist leider schon sehr häufig bei einigen anthroposophischen Schulen und Ärzten auch bei den Impfungen passiert. Aber ich möchte mich jetzt nicht daran abarbeiten, aber es muss deutlich gesagt werden an alle Lehrer in diesem Land, ihr seid Schutzbefohlene. Und genauso ist es mit dem Social Distancing und dem Maskentragen. Leute, ich habe viel in diesem Bereich Psychologie an Erzieher unterrichtet und wir haben uns sehr viel mit den Bindungstheorien beschäftigt und auch mit den neuesten Erkenntnissen aus der Neurobiologie. Vielleicht ist euch der Begriff dieses wunderschönen Bindungshormon Oxytocin irgendwo schon untergekommen. Und dieses bildet sich vor allen Dingen durch Berührung. Und vor allen Dingen ist es, und das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Hormon, um letztendlich ein Sicherheits- und Wohlgefühl zu erreichen und auch ein Stressreduzierungsgefühl. Und wenn wir jetzt sehen, dass das, was eigentlich Sicherheit und Wohlgefühl und vor allen Dingen auch Geborgenheit bedeutet, den Kindern und den Erziehern verboten wird, was ist das für eine perfide Form? Denn Sie wissen da oben ganz genau, dass Oxytocin gemeinsam mit Opioiden, die wir selber bilden, dazu führen, dass das limbische System, in dem wir wirklich ganz viel internalisiert haben, und dass das wieder gefügig wird für Veränderungen. Das heißt, Sie unterdrücken mit den Berührungen die Bildung von Oxytocin und damit auch die Umbildungsmöglichkeit für das limbische System, alte Erfahrungen abzustreifen. Da steckt ein perfider Plan für mich dahinter. Und ich glaube einfach, dass das nicht genug gewusst wird. Ich frage mich, liebe Lehrer, wofür habt ihr studiert, wenn ihr das Teilspiss in den Ohren nicht mehr gebraucht? Und ich möchte noch etwas sagen. Wir haben heute schon viel gehört über Herrn Spahn und den ganzen Konsorten, die da oben so arbeiten. Vielleicht ist es euch bewusst, dass Deutschland seit 1951 Mitgliedstaat der UNESCO ist. Es gibt einen Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung über Bioethik und Menschenrechte, beschlossen von der 33. UNESCO-Generalkonferenz am 19. Oktober 2005. Ich verlese den jetzt mal hier wortwörtlich. Denn Deutschland als eines der über 160 Mitgliedsländer der UNESCO hat diesen mitgezeichnet. Jede präventive, diagnostische und therapeutische medizinische Intervention hat nur mit vorheriger, freier und nach Aufklärung erteilter Einwilligung der betroffenen Person auf der Grundlage angemessener Informationen zu erfolgen. Die Einwilligung soll, wenn es sachgerecht ist, ausdrücklich erfolgen und kann durch die betroffene Person jederzeit und aus jedem Grund widerrufen werden, ohne dass die betroffene Person einen Nachteil oder Schaden erleiden darf. Herr Spahn, die gesamte Regierung, halten Sie sich an das, was Sie unterschrieben haben oder sagen Sie ganz deutlich, dass Deutschland nicht mehr das Land ist, was in der UNESCO verzeichnet ist und Sie eigentlich nur noch Büttel eines Pharmakonzerns sind. So oder so kommen Sie aus dieser Nummer nicht mehr raus. Entweder Sie dissen die UNESCO oder Sie müssen sagen, dass Sie nicht mehr zu Deutschland gehören. Und jetzt möchte ich auch noch anderen Rednern die Chance geben, hier ihren Unmutkunden zu tun, aber auch Perspektiven zu bilden. Ich bitte euch, allen Pädagogen, die ihr kennt, deutlich zu machen, es gibt die Pädagogen für Aufklärung, als Kanal, als Gruppe und für jedes Bundesland eine Extragruppe. Und wir werden auch Regionaltreffen mit physischen Antlitz-zu-Antlitz-Treffen machen. Und wir haben adäquate Mittel, um uns zu wehren. Deswegen informiert eure Pädagogen, eure Lehrer, eure Erzieher. Es gibt jetzt endlich einen Ort, wo sie nicht mehr allein sein müssen. Jetzt gibt es Rückgratstärkung und wir werden es durchziehen. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.